Attacke! Ah! Hat nicht geklappt! Friss das! Eben einen Schluck trinken. Und dann geht's weiter. Aua! Boah, hör doch mal auf! Ich drücke immer die falschen Tasten. Das passiert mir sonst nicht so oft. Hau ab! Blöder Sack! Gott sei Dank, den haben wir nochmal so aufhalten können. Ah, und da fängt das wieder an. Schnell wegrollen. Einmal dran vorbei. Und umtreten! Mein Gott, jetzt hat er wieder geblockt. Ich könnte brechen. Das nervt mich mit seinem Blocken. Aber... Sieht auf jeden Fall gut aus, dass wir es schaffen könnten. Jetzt werde ich mal eben kurz einen Schluck zu mir nehmen. Und umtreten. Ja, das sieht doch super aus. Also der ist ja jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich das vermutet habe. Umtreten. Und... Neu drauf... Oh, 22er Crypt sogar dabei gewesen. Dann muss ich auch gleich sehen, dass ich vielleicht nochmal wieder... ...einen Heiltrank zu mir nehme. Gut, ein Drittel haben wir ihm schon abgezogen. Oh, oh. Jetzt müssen wir einen Heiltrank auf jeden Fall nehmen. Ach, guck mal. Da sind wir beide ausgewichen. Komm her! Komm schon! Weg mit... Ach! Blödsack! Mist. Ich bin irgendwie immer zu spät mit dem Ausweichen. Hau ab! Sehr schön! Kolli, geh drauf! Mach ihn platt! Haha! Ausgewichen! Hättest du wohl gern, wa? Ach, Mist. Habe ich zu früh abgebrochen. Einmal umtreten. und abknallen... Oh, 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 oh! Lass das. Ich mag das nicht, wenn du dich so drehst. Na, bravo. Haha! Und wieder ausgewichen. Hehe! Aua, 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 jetzt macht der meinen Hund wieder kaputt. Das ist ja wieder fantastisch. Ah, danke. Auch wieder, hat super geklappt, also manchmal klappt das mit dem Ausweichen echt gut. Komm schon, rech mit dir. Ich bin ein flinker Goblin, du kriegst mich nicht. Oh, oh, oi, gut, hat wieder geklappt. Und Hälfte haben wir auf die, au, 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 lass mich. Weg. So, ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren bei dem Kampf, weil das ist doch recht hart. So. Und nochmal einen Schluck zu mir nehmen. Weg mit dir. Hau ab. Ah, scheiße, jetzt haben wir nicht umgetreten, das ist doof. Aber dafür hat das gut geklappt. Hau ab. Aua, 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 da hat uns ein reingezwiebelt, der war nicht nett. Hau ab. Wir haben noch 30 Tränke, das sieht gut aus. Und da ist unser Hund wieder down. Das gefällt mir nicht. Komm, lass mich in Ruhe. Was trinken. Und. Hui, hui. Hättest du wohl gerne. Ich lass mich nicht ständig von dir treffen. Oh. Auch wieder schön ausgewichen. Zack. Einmal unboxen. Komm, hau ab. Uah. Geh weg. Du kannst mir doch nix. Ach, scheiße. Komm, weg. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Ach, nö. Du trinkst doch nicht schon wieder. Kann doch nicht wahr sein. Komm schon. Hau ab. Oh, oh, oh. Schnell wegrollen. Ach, Mist. Aber das Treten und das Vielfache schießen. Zu viel auf einmal. Gut. Hau ab. Jetzt haben wir ihn gleich. Ich hoffe nur, der trinkt nicht wieder was. Ah, auch gut. Mist. Lass mich. Hau ab. Ich will dich jetzt tot sehen, Mann. Ich will die Quest fertig kriegen. Einmal hinlegen. Und ich glaube, dann haben wir ihn auch gleich down. Das ist aber auch wieder so ein Kampf der Titanen, ey. Oh, Gott sei Dank sind wir da ausgewichen. Und da sind wir wieder voll. Und er ist gleich am Boden. Er liegt gleich im Dreck. Hau ab. Oh, Mann. Nein. Komm schon. Arsch. So. Dich lass ich nicht mehr aufladen, deinen Schlag. Komm jetzt. Stirb. Oh nein. Das kann nicht wahr sein. Hau ab. Mit deinem Scheiß. So, jetzt aber. Jawoll. Wir haben Erfahrungspunkte gekriegt. Wie viel haben wir denn überhaupt gekriegt? Wie viele Erfahrungspunkte? 40 EXP. Ja, es wird immer nur das vom angebrochenen Level angezeigt. Das, was uns vorher das Level gebracht hat, wird uns nicht angezeigt. Aber ich glaube, wir hatten damit sogar, hatten wir, ne, Level Up hatten wir doch noch nicht. Schade. Das geht also später dann besser. Aber was soll's. Wir haben unsere erste Quest erfüllt kriegen. Haben wir überhaupt Platinum Coins schon gekriegt? Jo, da sieht man's. Also unten im Inventar. Drei Platinum Coins haben wir jetzt schon, um Waffen zu verbessern. Und, jo, acht Minuten haben wir jetzt an dem Gegner gekämpft. Meine Fresse, sind das harte Kämpfe? Hat er denn wenigstens was Vernünftiges gedroppt? Das ist, äh, nix. Das ist auch nix. Auch nix. Warrior wieder. Da halten wir ein Amulett. Das ziehen wir doch mal an. Gibt ein bisschen mehr Crit. Wieder Warrior. Oh, und einen schönen Bogen. 10,5 Damage. 6,6 HP und Crit auf 1,6 hoch. Dann würde ich sagen, rüsten wir uns den Bogen doch einfach mal aus. Der sieht jetzt auch etwas anders aus. Sogar geiler, muss ich sagen. Und dann gehen wir hier mal wieder raus. Hoffentlich sind die Gegner noch nicht wieder respawnt. Sonst haben wir da ein Mittelschwer... Wobei, ein Problem... Man darf ja hier so oft sterben, wie man will. Man muss ja nicht wie bei Minecraft wieder zurück zu seiner... seinem toten Körper, um die Gegenstände aufzusammeln. Ich würde gerne durchs Fenster, aber... Schade, die Fenster lassen sich nicht öffnen. Wo bin ich hier? Ach, da müssen wir hoch. Okay. Und damit haben wir unseren ersten Dun... Oh! Ich wollte gerade sagen, damit haben wir unseren ersten Dungeon erfolgreich abgeschlossen. Und, was ist? Ah, cool. Da haben wir einen schon mal tot. Hau ab! Boah, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch hier nur raus. So, die nochmal aufdauern. Jetzt da oben noch die... Pansens. So. Die kriegen wir auch noch. Wäre ja gelacht, wenn ich... Hei, 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 hei. Hui. Ach, scheiße. Da stehen auch noch welche. Ja, aber das müsste eigentlich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, der letzte Raum hier sein, wo noch welche stehen könnten. Also, Startraum. Nur, wenn ich Pech habe, sollen wir spawnen gleich hinter mir wieder welche. Weg. Ach, du Scheiße. Ja, komm, dann rennen wir einfach mal raus. Das war jetzt ungünstig, aber da hinten können wir noch eine Münze sammeln. Ach, scheiße. Da muss... Äh, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich will das nicht. So. Haut ab! Haut ab! Heilige Scheiße. So, eben einen Schluck trinken. Und umtreten. So. Da haben wir schon mal wieder ein paar Tod. Euch kriegen wir auch noch kaputt. Zumindest dich. Und dich. So, da haben wir einen. Ach, Mist. Jetzt mitten beim Trinken haben sie mich getroffen. Lasst mich in Ruhe. So, der ist schon mal hin. Und jetzt holen wir uns die noch weg da. Sehr schön. Friss das. Und den. Und du dann... Oh, jetzt kommt die Duckbill auch noch. Und will uns an den Kragen. Haut ab! Haut ab! Was machst du da für Faxen? Komm, ich trete dir ins Gesicht. So. Heilige Fresse, ey. Das war jetzt wirklich ein harter Kampf. Also, so viel auf einmal zu pullen und dann auch noch zu besiegen, ist schon eine coole Sache. Also, hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, dass ich das schaffe. Aber hier eben noch ein paar Pilze mitnehmen. Ich glaube, den Squirrel können wir auch noch umhauen. Ja, sieht gut aus. Er kann ja nichts. Und man merkt auch schon, dass die Waffe ein bisschen besser ist. Lass mich in Frieden. Wir müssen was trinken. Komm, hau ab. Ja, nochmal neun Erfahrungspunkte noch zusätzlich abgeholt. Und dann gucken wir mal, wo wir als nächstes am besten hingehen. Ah, der nächste wäre der da im See. Aber der war mir dann, glaube ich, doch noch eine Nummer zu hart. Hm. Da hätten wir noch. Wir gehen einfach mal geradeaus zu den nächsten Schwertern. Gucken, was uns da so erwartet. Und jetzt haben wir auch die komplette Folge mit Beschuss und Gegnerkämpfen hinter uns gebracht. Also das war ja jetzt neun Minuten oder acht Minuten für den Boss. Was ja auch doch eine sehr lange Zeit eigentlich ist für so einen Boss. Aber das ist eigentlich normal. Zumindest wenn man alleine spielt. Wenn ich jetzt mit einem Kumpel zusammengespielt hätte. Oder vielleicht auch mit einem von euch zuschauen. Weil das Angebot steht ja immer noch. Wer das Spiel hat und wer gerne in dem Let's Play mitwirken möchte, kann sich gerne bei mir melden. Das ist zwar dann nicht durchgehend. Ich hab mir das nochmal... Was haben wir da? Können wir die kaputt machen? Das ist zwar kein durchgehendes Angebot, dass also das komplette Let's Play mitmachen. Nur zeitweise. Aber, wie gesagt, wer da Lust drauf hat, kann sich gerne bei mir melden. Und kann dann auch mal ein, zwei Rundchen mitspielen. Hau ab. Sehr schön. Huiuiuiui. Jetzt muss ich nochmal wieder ein Stückchen trinken. Und dann können wir uns gleich um die nächsten Insektenguards kümmern. Weil die geben ja doch ordentlich Erfahrungspunkte. Zehn Stück pro. Dann sind die vier, die da hinten stehen, auf jeden Fall unser Level 4. Und darauf spiele ich jetzt auf jeden Fall hinaus. Darauf will ich jetzt hinaus. So. Können wir uns den schnappen? Jawohl. Hat geklappt. Hau ab. Ach, die roten kann man auch einfach nicht umkicken. Das ist echt ätzend. Na gut, dann eben nicht. So, nochmal wieder einen reinschmeißen. Drei Stück haben wir noch. Beziehungsweise zwei.